so freunde willkommen zu diesem video wir werden uns den monatshelden vom november 2023 nema anschauen ist er jetzt erst seit zwei tagen draußen und eine sache muss ich an der stelle ich muss es einfach sagen ja guck mal hier das ist puzzle kombat haben wir jetzt so schon an ist es soweit gekommen dass wir jetzt einfach helden aus anderen spielen aus dem gleichen aus sag ich mal jetzt kopieren oder sowas muss ja nicht unbedingt sein oder ich weiß ja nicht weil sie wirklich nicht ob sowas sowas sein muss ja naja also wie gesagt den helden gibt es schon im puzzle kombat jetzt haben wir ihn halt auch in empires und wenn das natürlich so ist dass man jetzt helden aus anderen spielen rein implementiert dann haben wir natürlich ganz viel luft noch nach oben da müssen wir uns um die cartoon dinge da gar keine sorgen machen dann kommen eher andere helden aus anderen spielen noch dazu also das nochmal an dieser stelle ja es ist sehr schade muss man tatsächlich sagen naja gut okay also fünf sterne rot druidin okay kann ihr pflänzchen machen von mir aus der charakter hat die angeborene fähigkeit status effekten zu widerstehen die spezial fähigkeiten blockieren sprich alfrique zum beispiel das sind halt einfach solche sachen da klingeln schon die glocken okay rush könnte das vielleicht interessant sein alfrique ist halt so der der gängige held der halt so was macht worauf man dann da achten sollte natürlich diese fähigkeit haben auch unter anderem mickey und die die heißen denn jetzt hier cupido und petonus und sowas was war das denn noch mal ich habe die ganze zeit luna helden im kopf aber das waren nicht die luna helden sondern das waren die wie hieß denn das portal noch mal oder das event war das die sonnenwende ne das war dieses black friday dingen wie heißen denn wo kam die nochmal her petonus und cupido und sowas das war auch jedenfalls so ein kleines ach das war hier valentines event ne war das nicht das habe ich schon keine ahnung mehr jedenfalls die die können das auch das ist ganz gut dann weiß man halt wenn man gegen alfrique spielt ja der held der wird auf jeden fall kann der feuern er wird zumindest nicht von alfrique aufgehalten ob das jetzt so ein game changer ist weiß ich jetzt nicht im rush womöglich in normalen kriegen eher nicht dann haben wir hier noch ein passiv die spezialfähigkeit dieses charakters wird von verspotten nicht beeinflusst das ist interessant okay das ist ein interessantes passiv ähm das heißt spring mal eben einmal ganz kurz verursache 220 prozent schaden bei allen gegnern so das würde im umkehrschluss heißen selbst wenn ein spott aktiv ist ähm existiert der für nema nicht sondern sie feuert dann wirklich auf alle das ist natürlich eine gute sache ja wenn solche so ein passiv jetzt auch bei helden dann kommen die richtig krass sind die richtig rein ballern und sowas dann könnte es den spottern auch an den kragen gehen also das ist ähm eine ganz nette sache kann man erstmal so sehen lassen würde ich erstmal so sagen okay ähm änderungsimmunität ja ist halt da ja kann man kann man mal so machen aber das ist jetzt keine alpha fähigkeit die ich so krass finde und monat zelt eine alpha fähigkeit geben also ein alpha break bin ich auch ein bisschen ein bisschen vorsichtig aber gut ähm lassen wir es erstmal so stehen ich prinzipiell würde ich jetzt nicht unbedingt ein ähm alpha break geben einfach monat hellen sind in der regel nicht so krass wie manch andere helden die man kriegt ja deswegen da da müsste man dann schon so ein bisschen bisschen überlegen so werte ja wir kennen schon ne wir haben jetzt die neuen götter gesehen zum beispiel die haben 1200 noch was da ist natürlich auch schon ein bisschen luft dann wieder nach oben aber man weiß ja auch nicht wie talentiert worden ist muss man ja auch fairerweise dazu sagen so der feuertiger ja man sieht ihn hier oben schon bei der anderen version da hat man ihn eher gesehen ja ähm hier sei jetzt auch nochmal drauf okay mittel also mittleres mana bei einem monat zelden okay gibt besseres verursache 220% schaden bei allen gegnern das ist in ordnung ignoriert den spott das muss man dazu sagen also das ist nicht schlecht beschwört einen feuertiger feind für alle gegner der feind greift sein ziel mit 45 prozent angriff bei jedem zug an okay also wieder ein feind komm hier aus der feuertiger feind absorbiert heilung sind wir uns denn auch sicher hast du bei ciao nachgefragt ob du auch wirklich ein feuertiger bist nicht dass du in wirklichkeit ein ein gnu bist oder sowas oder vielleicht ein säbelzahntiger na gut dann gehört das noch mit tiger ja auch noch vielleicht bist du ein gepard ein leopard weiß das schon der feuertiger feind absorbiert heilung er verschwindet wenn er leben in höhe von 45 prozent des maximalen lebens des ziels aufgenommen hat okay wenn der feuertiger feind beschworen wird kann das ziel keine neuen spottstatus effekte wirken solange es feuertiger feinde hat dieser effekt kann nicht entfernt werden okay ja okay würde ich jetzt mal so sagen ist jetzt nicht es ist gut also sie ist sie ist im endeffekt ist sie ein ein spottakiller wir haben spottakiller wie zum beispiel jana oder hier tweedles also zwillinge die halt so zwei richtig harte angriffe auf einen machen oder gestalt das ist auch so ein spottkiller die machen dann gut ramba zamba bei ihr ist das jetzt so eine andere art und weise den spotter hops zu nehmen zum einen dass sie ihn halt ignoriert das ist ja ganz gut und zum anderen dass sie halt dann dadurch wenn jetzt zum beispiel ein frosys diesen feuertiger feind hat dass er gar nicht diesen spott setzen kann oder einen neuen spott setzen kann und dementsprechend könnten dann deine helden in dem fall dann das ausnutzen und dann halt auf frei auf irgendeinen gegner gehen oder auf alle gehen oder auf drei gehen oder wie auch immer was du da für helden dabei hast also das ist eine andere variante als wir killen wir killen den spotter direkt instant ja zekena ist auch so ein kandidat der schön dann auf zwei geht vor allem dann auf lila und so dann ballert er auch ordentlich bei den tanks rein also es ist jetzt nicht die die tödliche version davon sondern die ja die ich schütze mich oder ich ich beeinflusse den gegner so dass er halt bestimmte sachen nicht machen kann wie halt dann in dem fall den spott also eine eine zermürbende sache vielleicht welche finde ich besser natürlich die sofort tödliche ist natürlich deutlich besser aber wer jetzt nicht diesen luxus hat wie jana wie zwillinge wie zekena wie gestalt ich zum beispiel ich hab keinen davon dann ähm ist das natürlich so eine sache wie man halt auch einen spott umgehen kann theoretisch elementare verbindung verleiht allen feuerhelden plus 10% zusätzlichen schaden durch spezialfähigkeiten für 4 züge der effekt kann nicht gebannt werden ok macht er noch das ein bisschen ein bisschen stärker was dann halt durch äh feuerhelden eintrudelt also im optimalfall in einem dreier stack mit äh zwei anderen feuerhelden wenn möglich auch welche die schaden machen so ok sehr viel text sehr viel feuertiger feind wo ist sie jetzt gut defensive nein sehe ich nicht ja also das ist 220 schaden bei allen das ist in ordnung aber wir haben deutlich stärkere helden die da in der defensive unterwegs sind also nicht unbedingt auf meinem niveau je weiter nach unten oder je entspannter man spielt desto höher werden natürlich die möglichkeiten dass man solche helden dann spielen kann ja das muss muss halt jeder auf seinem niveau für sich selbst entscheiden können ähm es ist ein held der auf alle schaden macht also ich würde mal sagen wenn ich jetzt ähm in der freizeitalianz bin oder relativ entspannt irgendwo spiele dann kann natürlich auch ein held der auf alle schaden macht auch in der defensive stehen theoretisch das ähm ist jetzt nicht ausgeschlossen in der offensive ja wenn man gegen spotter spielt ne würde ich jetzt nicht unbedingt sagen dass sie da schlecht ist sie macht schaden auf alle sie ignoriert den spot dann macht sie äh sorgt sie dafür dass andere ich sag mal den spot auch ignorieren können solange dieser tiger da ist ja also das ist nicht übel man muss halt dann gucken wie man sie spielt ich würde sie halt wie gesagt in einem dreier roten stack angriffs stack spielen wenn möglich halt mit den anderen mit anderen zwei roten die halt auch ähm offensiven schaden machen weil durch die elementare verbindung könnte man ein bisschen ausnutzen ähm türme ja geht halt auf alle ne also wenn man sagt ja das ist mein stärkster held ähm den ich habe was äh türme angeht ne mit ja events in einem roten team sehe ich immer noch äh helden so wie kargan zum beispiel immer noch immer noch vorne ja weil der halt schön auf drei geht und da den schaden und auch mehr schaden da macht oder halt auch kufu oder sonst wen da gibt es äh deutlich bessere helden für events die halt dann auch noch ähm mehr bumms haben titan nein außer dass es wieder ein held der halt einen sehr hohen angriffswert hat im eigenen team äh dass man sagt ja ich habe jetzt ne mal den doppelten limit break gegeben und mit 1076 ist sie eine meiner höchsten angriffs helden ja dann okay dann kann man das so machen ähm wenn nicht nimmt man halt einfach andere helden tatsächlich jo was haben wir dann noch wir haben events türme äh defensive offensive titan haben wir eigentlich alles alles durch ne ähm ist also ist ist okay für mein niveau ist ist ja okay also ich konnte mehr mit ita zum beispiel anfangen oder auch so mit helden wie ruffian und nur gib ja das sind so ähm kandidaten wo ich sag jo die die kannst du kann man immer machen ähm was halt bei ihr wirklich schön ist ist das mit dem mit dem spott passiv ne das ist ganz nett ähm rush kann man sie einsetzen ja auf jeden fall offensiv ja wegen dem passiv defensiv theoretisch auch aber wir haben halt so im im krieg im rush krieg so unsere 5 bis 10 helden die da immer irgendwie auftauchen ob sie da in der defensive auftaucht weiß ich nicht ich mein mickey hat auch so eine fähigkeit der taucht da auch nicht auf obwohl ich mickey persönlich auch defensiv ähm ziemlich gut finde weil er halt die stille dann macht ne also dass kein special gefeuert werden kann aber auch der hat es nicht in die defensive geschafft ne deswegen bin ich bei ihr halt auch eher skeptisch ob sie es im rush in die defensive schaffen wird denke eher nicht aber auch da ist es halt abhängig davon auf welchem niveau man dann halt spielt man muss sich halt immer denken ähm jeder held hat irgendwo seine seine bewandtnis den kann man irgendwo bringen je langsamer die helden sind desto weniger sind sie für die wie soll ich das sagen ohne dass es halt blöd klingt für die elite für die top 100 für die top 200 relevant weil da geht es halt wirklich schnell oder mittlere dicke sniper oder irgendwas was das special noch besonders macht ausmacht für die aktuelle meta und je weiter man nach unten geht ähm in freizeit allianzen oder top 1000 top 2000 top 3000 und so weiter und so fort da nimmt das natürlich ab also da geht es dann nicht mehr im krieg so krass auf geschwindigkeit da kann man dann mittlere helden langsame helden mitnehmen da muss man sich halt selber einschätzen wo man da ist wenn man weiß ja wir spielen hauptsächlich hier wenn wir haben wir lila tanks aber da sind halt von 20 leuten haben da zwei nur in aramis stehen und 18 jetzt übertrieben 18 leute haben da in quintus stehen dann weißt du und die haben dann auch mal so in vier sterne noch in der defensive und noch einen anderen fünf sterne der langsam ist dann weißt du okay mittlere helden kann ich eigentlich auch gut mitnehmen dann findet sie halt hier auch ordentlich bewandtnis dann kann man sie da auch mitnehmen also es kommt halt wirklich darauf an wo man da im endeffekt spielt sie ist nicht schlecht sie hat ein paar gute sachen aber ich denke ganz nach oben da wird sie sich nicht leider ja aber es ist es ist ein solider ja was heißt solide es ist ein guter monatsheld ähm solide und starke monatshelden sind dann eher so ita ruffian kara ne solche helden oder die oder elementare defense down helden und sowas das sind dann die die guten helden oder die sehr guten helden die starken helden sie ist sie ist gut sie ist so im mittelmaß drin ne aber wie gesagt dieses passiv mit dem mit dem spott mit dem mit dem tiger dass der dann auch und dass man keinen neuen spott machen kann das kann in der offensive interessant werden das werden wahrscheinlich auch die einen oder anderen auch auf hohem niveau ausprobieren wie das funktioniert man muss halt aber auch bedenken sie ist halt mittel und das ist halt manchmal dann schon in gewissen situationen schon wieder zu langsam nur um dann zu sagen sie ignoriert den spott oder so muss man gucken wird man wird man sehen wird sich herauskristallisieren ich würde sagen wir sehen uns im nächsten video vielen dank fürs zuschauen macht es gut wenn ihr irgendwas wisst noch was ich ergänzen hätte können oder was ich was noch irgendwie wichtig ist vor allem ihr spielt ja auch alle auf verschiedenen leveln dann sagt bescheid sagt warum sie auf eurem level gut ist warum sie vielleicht dann doch ja nicht so gut ist oder wie gesagt falls ich irgendwas vergessen habe denkt dran jeder kommentar hilft wahrscheinlich jemand anderem und ihr sollt euch ja auch gegenseitig helfen dafür ist das ja alles hier gedacht also macht's gut wir sehen uns ciao ciao